Ausstellung unserer Frankfurt-Geheimschaft! Mitte Nummer 1 im Tor, Kevin! Die 2 trägt Eva! Unsere Rücken Nummer 9, Romba! Die 15, Dainchi! Mit der 17, unser Kapitän Sebastian! Die 20 trägt Mark Otto! Die 27, Mario! Die 29, Jesmar! Mit der 33, Luca! Die 35, unser Brasilianer! Lula! Und mit der 36, Ansgar! Auf der Bank neben dem Tor!